Mike Trittwitz ist nicht nur wegen seines Krippenwegs, sondern zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Die sympathische Einkaufsstadt Mike Trittwitz bietet seinen Gästen interessante Abwechslung und das ganze Jahr über ein buntes Programm. Zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender zählen auch das Altstadtfest im Markt, das Volks- und Schützenfest neben dem Egerland Kulturhaus sowie der Rabitzer Nahenzug, der sich durch das ganze Stadtzentrum schlängelt. Die Kesseine, der Hausberg von Mike Trittwitz, bietet einen ausgezeichneten Rundumblick über unser Fichtelgebirge und dem Steinwald. Auf dem Rückweg blockt das Felsenlabyrinth der Luisenbrücke. Mitten durch die wie von einem Zykloten verstreuten Granitfelsen führt der schmale Pfad über Treppen und Brücken. Auf dem Wallensteinradwanderweg nach Eger erschließt sich dem Besucher die abwechslungsreiche Flusslandschaft von Kesseine, Röslau und Eger. Entspannend nach so viel Aktivität liegt ein erfrischendes Bad im neu gestalteten Naturbahn. Es ist mit dem neu entstandenen Auenberg Teil des ehemaligen Geländes der grenzüberschreitenden Gartenschau bei Trittwitz, Cheb Eger. Jedes Jahr am 24. Mai wird der Geburtstag gefeiert. Im gemütlichen, urigen Biergärten kann man sich bei einheimischen Bier und herzhaften Brotzeiten stärken. Markt Rittwitz, ein Erlebnis ohne Grenzen. Im Dreiländereck, Bayern, Böhmen, Sachsen. Im Dreiländereck, Bayern, Böhmen, Sachsen.